Als Herakles den Viehstall des Augeas ausgemistet hatte, wurde ihm sofort eine neue Arbeit aufgetragen. Eurystheus schickte ihn zu König Minus auf Kreta. Auf dieser Insel trieb ein Stier sein Unwesen, der Poseidon, dem Gott des Meeres, gehörte. Dieser Stier hatte die Farbe weißen Schaums und er raste wie ein Sturm dahin. Seine Augen sprühten Feuer, aus dem Maul troff ihn der Geifer und er brüllte furchtbar. Das Untier verwüstete ganz Kreta. Es zerstampfte die Ernten auf den Feldern, stieß mit seinen Hörnern Menschen und Vieh zu Tode, entwurzelte Bäume und wühlte die Erde auf. Selbst der kretische König Minus, ein Sohn des Zeus und der Europa, schloss sich aus Angst in seinem Palaste ein. Weder er noch seine Krieger wagten es, sich dem rasenden Stier Poseidons zu stellen. Da landete Herakles mit seinem Boot auf Kreta. Sein Auftrag lautete, den Stier lebend nach Argolis zu bringen. Um ihn überwältigen zu können, ohne dabei sein Leben leichtfertig aufs Spiel zu setzen, verfertigte sich Herakles ein ehemes Netz. Damit ausgerüstet, stellte er den Stier und reizte ihn durch Zurufe und Steinwürfe. Als das Untier nun mit gesenkten Hörnern wild auf ihn losrannte, geriet es geradewegs in das Netz. Herakles presste ihm mit seiner Hand das Maul zusammen und rückte ihm den Kopf zu Boden. So bändigte er den Stier, bis der ihm aufs Wort folgte. Mit gesenkten Hörnern kniete er vor dem Helden und brummte leise. Da schwang sich Herakles auf den Rücken des Stieres wie auf ein Reitpferd, hielt sich an den Hörnern fest und lenkte das Tier ins Meer. Und Poseidons Stier schwamm so sicher wie ein Schiff bis nach dem Peloponnese. Dort ging Herakles an Land und führte den Stier am Seil bis nach Mykene, wo er ihn in König Eurystheus Stall sperrte. Und auch diesmal verkroch sich Eurystheus in den großen bronzenen Krug und schrie seinen Dienern zu, die Stalltür aufzumachen und den Stier freizulassen. Als der kretische Stier merkte, dass er nicht mehr im Banne des Herakles stand, schnellte er wie ein Pfeil ins Freie. Seine alte Wildheit kehrte zurück und er durchraste Arkadien, gelangte über den Istmos zum Attischen Marathon, wo ihn dereinst ein anderer Held, Theseus, überwinden sollte. Als Eurystheus Herakles auch von Kreta heil zurückgekehrt sah, fragte er bei Hera an, wohin er den Helden jetzt noch senden solle, damit er endlich zugrunde gehe. Da sagte ihm Hera, dass in Thrakien ein Sohn des Ares, König Diomedes, über die Bestona herrsche. Dieser König habe in seinen Stellen Pferde von ganz besonderer Art. Sie wären so wild und stark, dass man sie mit eisernen Ketten an ihre Krippen binden müsse. Ihr Futter bestehe aus Menschenfleisch. Alle Fremden, die nach Thrakien kämen, würden von Diomedes gefangen und den Pferden bei lebendigem Leibe vorgeworfen. Als Eurystheus die Worte Heras vernommen hatte, sagte er, Herakles ist bisher immer mit dem Leben davongekommen, aber diesen Pferden entgeht er nicht. Die werden ihm schon beikommen. Das soll seine achte Arbeit sein und ich hoffe auch die letzte. Ares wird seinem Sohn Diomedes schon raten, wie er es anstellen soll, damit Herakles nicht mit heiler Haut davonkommt. Herakles machte sich also wieder auf den Weg. Eurystheus hatte ihm auf seinen Wunsch hin ein großes Schiff zur Verfügung gestellt, damit er, falls er entkomme, die Pferde über das Meer nach Mykene bringen könne. Herakles segelte noch nicht lange, als ihn ein Sturm an das Gestade Thessaliens warf. Dort regierte in der Stadt Ferä sein Freund Admetos. Herakles wollte nicht an Ferä vorüberziehen, ohne seinem Freund einen Besuch abzustatten. Gerade zu der Zeit hatte das Haus des Admetos ein schweres Leid getroffen. Der düstere Beherrscher der Unterwelt, Hades, hatte den Tod geschickt, damit er Admetos in das Reich der Finsternis hole. Mach dich bereit, Admetos, sagte der Tod. Ich nehme dich mit. Sollte sich aber ein Mensch finden, der dich so liebt, dass er statt deiner in den Hades hinabsteigt, so sei dir für diesmal das Leben geschenkt. Admetos erschrak zutiefst. Er stand in der Blüte seiner Jahre und wer willigt schon freudig ein, in das Reich des Todes hinabzusteigen, wenn er noch jung ist und voller Lebenshunger? Admetos fragte, ob einer bereit wäre, statt seiner in den Hades hinabzusteigen, aber es fand sich keiner. Weder seine Eltern noch die Großeltern, obwohl sie schon hochbetagt waren, auch Diener, Untertanen und seine besten Freunde schlugen ihm die Bitte ab. Keiner wollte sterben, bis auf eine. Seine junge Gattin Alkestis. Als sie die Worte des Todes vernommen hatte, entschloss sie sich, ohne zu zögern, anstelle ihres Gemahls in die Unterwelt hinabzusteigen. Ich liebe meinen Gemahl so sehr, sprach sie zu Thanatos, dem Tod, dass mir sein Leben mehr bedeutet als das meine. Nur der Gedanke bedrückt mich, dass ich ihn nie wiedersehen werde. Ich bin bereit, dir in den Tartaros zu folgen. Da ging Thanatos auf Alkestis zu und schnitt ihr mit seinem scharfen Schwert eine Locke ab. Alkestis schloss die Augen und sank tot zu Boden. Im Palast brach lautes Jammern und Wehklagen aus und Admetos war vor Schmerz über den Verlust seiner Gemahlin fast von Sinnen. Wäre ich doch nur gestorben, rief er weinend. Wie konnte sie, selbst noch so jung und schön, diesen Weg gehen, von dem es keine Wiederkehr gibt? Wie konnte sie sich opfern, ohne selbst richtig gelebt zu haben, nur um mir das Leben zu erhalten? Ohne sie ist mein Leben ja wertlos. Da betrat Herakles den Palast. Admetos liebte und verehrte den Helden und wollte ihn nicht mit seinem Leib traurig stimmen, zumal er wusste, dass auf Herakles vielleicht auch ein naher Tod wartete. Deshalb ließ er sich seinen Schmerz nicht anmerken, sondern bat den Gast zu einer festlichen Tafel und bewirtete ihn mit dem Besten, schmackhaften Speisen, erlesenen Getränken und köstlichen Früchten aus dem Garten. Herakles aber bemerkte die allgemeine Traurigkeit. Er fragte einen Diener nach der Ursache, er fragte einen zweiten, er hielt aber keine Antwort. Doch er ließ keine Ruhe, bis er endlich die Wahrheit erfuhren. Mein Freund, sprach er zu Admetos, du wolltest mich nicht betrüben, aber ich habe dennoch erfahren, welches Leib dir widerfahren ist. Ich werde mit dem Tod kämpfen und ihm dein Weib wieder entreißen. Des Nachts, als tiefe Stille herrschte, stand Herakles ganz leise auf. Er wusste, dass Thanatos in der ersten Nacht nach dem Tod eines Menschen kommt, um den Schatten des Toten zu holen. Leise schlich sich Herakles dorthin, wo Alkestis aufgebahrt lag. Nach uraltem Brauch durfte niemand in der Nähe sein, wenn die Zeit für den Todesgott Thanatos gekommen war. Herakles aber legte sich auf die Lauer und wartete. Plötzlich vernahm er einen Flügelschlag. Der Todesgott kam geflogen. Da schnellte der Held vor und umklammerte den Ankömmling mit seinen senigen Armen. Sie rangen die ganze Nacht miteinander. Als der Morgen graute, gelang es Herakles endlich, Thanatos mit dem Gesicht zu Boden zu werfen und ihn zu fesseln. Der Tod war besiegt. Ich lasse dich nicht eher frei, bevor du Alkestis nicht das Leben wiedergibst und auch Admetos verschonst. Thanatos war genötigt, den gewünschten Eid abzulegen. Er erweckte die junge Königin wieder zum Leben und auch Admetos blieb unbehelligt. Es tagte schon, als Herakles mit Alkestis den Palast betrat. Admetos hatte die ganze Nacht in seinem Schmerz durchwacht und war entschlossen, seinem Leben ein Ende zu machen, um sein Weib wenigstens im Tartaros wiederzufinden. Als er nun Alkestis erblickte, lächelnd und schön wie früher, wollte er seinen Augen nicht trauen. »Nahrt mich ein Traum oder ist es Wirklichkeit?« stammelte er und schloss seine junge Frau in die Arme. »Es ist kein Traum, Admetos,« antwortete ihm Alkestis. »Herakles hat den Gott, der den Menschen das Leben raubt, besiegt. Wir danken dir, Herakles.« »Wir danken dir,« sagte auch Admetos herzlich. Als Herakles aufbrach, ließ er im Palast von Ferä ein glückliches Ehepaar zurück. Er fuhr lange Zeit über das Meer, bis er endlich beim grausamen Diomedes, dem König der kriegerischen Bestona, ankam. Dem hatte Ares bereits die Ankunft des Helden gemeldet. Als Herakles landete, war er im Nu von unzähligen Kriegern umringt. Er kämpfte mit ihnen, bis er sie alle geschlagen hatte. Dann suchte er die Rosse des Diomedes, führte sie aus dem Stall, legte ihnen Zügel aus Eisen an und trieb sie zum Meer hinunter, um sie einzuschiffen. Da zog Diomedes mit einem neuen Heer hinter ihm her und griff abermals an. Drei Tage lang tobte die Schlacht. Dann endlich wichen die wenigen Überlebenden aus dem Heer des Thrakerkönigs, während Diomedes selbst von Herakles gefangen wurde. Er nahm den Sohn des Ares mit auf das Schiff, wo er von seinen eigenen Rossen zerfleischt wurde. Der Zorn des Kriegsgottes wuchs ins Unermessliche. Dennoch wagte er es nicht, sich dem Helden entgegenzustellen. Nach Argolis zurückgekehrt, trieb Herakles die Rosse nach Mykene. Aber als der Feige Eurystheus vernahm, dass Diomedes unterwegs von seinen eigenen Pferden aufgefressen worden war, erschrak er zutiefst und verkroch sich abermals in den großen Krug. Herakles sperrte die Rosse in einen geräumigen Stall, aber König Eurystheus befahl, die Tore zu öffnen und die Rosse freizulassen. Die stürmten hinaus und gelangten bis in die Nähe des Olymps. Als sie Zeus dort erblickte, geriet er in Zorn und sandte ein Rudel hungriger Wölfe aus, von denen die menschenfressenden Pferde angefallen und zerrissen wurden. Achtmal ist Herakles dem Verderben entronnen, sagte Eurystheus. Aber der lang ersehnte Tag, der ihm den Tod bringt, wird dennoch kommen. Das Schicksal wird ihn ereilen, so wie Hera es wünscht. Zur neunten Aufgabe sandte Eurystheus Herakles aus, für seine Tochter Admete, den goldenen Gürtel der Hippolyte zu holen. Die schöne Hippolyte, eine Tochter des Kriegsgottes Ares, herrschte gemeinsam mit ihrer Schwester Antiope über das kriegerische Frauenvolk der Amazonen, die an der Küste des Schwarzen Meeres lebten. Viele tapfere Helden, unter ihnen Theseus von Athen, Peleus und Telamon, wollten Herakles nicht allein in das Land der Amazonen ziehen lassen. Sie versammelten sich in Argos und bestanden darauf, mit auf Fahrt zu gehen. Schließlich willigte Herakles ein, die Helden schifften sich ein und segelten ohne jede Zwischenlandung bis ins Schwarze Meer. An der Mündung des Flusses Thermodon warfen sie Anker. Da jagten auch schon auf schnellen Pferden die mit Bogen und Lanzen bewährten Amazonen heran. Ihre stolze Königin, Hippolyte, trat den Ankömmlingen entgegen. Als sie Herakles erblickte, wurde sie von seiner männlichen Schönheit tief beeindruckt. Sie fragte, was die Helden begehrten und Herakles antwortete ihr, dass er aus Mykene komme, um ihren Gürtel, das Zeichen ihrer Herrschaft, für König Eurystheus zu holen. Ich verlange deinen Gürtel nur, weil Hera es so befohlen hat. Eurystheus' Tochter möchte ihn gern haben. Schenkst du ihn mir oder muss ich mit dir und deinem Heer darum kämpfen? Ich gebe dir den Gürtel aus freien Stücken, gab Hippolyte zur Antwort, ich möchte nicht mit euch kämpfen. Hera aber saß im Olymp und verfolgte aufmerksam den Verlauf der Dinge. Voller Unmut sah sie, dass es Herakles gelang, Hippolyte zur freiwilligen Herausgabe des goldenen Gürtels zu bewegen. Als sich die Königin bereits anschickte, den Gürtel von ihren Hüften zu lösen, erschien Hera als Amazone verkleidet unter den Frauen und schrie, Herakles lügt! Er trachtet nicht nur nach dem Gürtel, sondern will uns alle töten und unsere Königin entführen. Mit solchen Worten wiegelte sie die kriegerischen Frauen auf. Von Hass und Zorn getrieben rüsteten sich die Amazonen zum Kampfe. Ihre Lanzen blinkten in der Sonne und ein Pfeilregen ergoss sich auf die Fremden. Vergebens bemühte sich Hippolyte, die Frauen zu besänftigen. Keine einzige hörte auf sie, alle warfen sich mit blindem Eifer in den Kampf, schleuderten Speere, schossen Pfeile und zielten mit Steinen auf die Gegner. Aber Herakles und seine Begleiter wichen nicht, sondern kämpften tapfer. Vor allem Herakles schlug kühn um sich und wütete wie ein Sturm in den Reihen der Amazonen, die unter seinen Streichen samt ihren Pferden wie Halme zu Boden sanken. Er nahm die schöne Antiope und die tapfere Amazonenführerin Melanipe gefangen, der die Königin sehr zugetan war. Weinend schlug Melanipe in den Armen des Helden um sich, da forderte Hippolyte die Freigabe Melanipes um den Preis des goldenen Gürtels. Herakles ging auf diesen Tausch ein. Antiope aber blieb in der Gewalt des Theseus. Das soll ihr aber gar nicht so unlieb gewesen sein, denn es heißt, sie sei gleich beim ersten Anblick in Liebe zu ihm entbrannt. Herakles überbrachte eures Theos den goldenen Gürtel der Amazonenkönigin, somit hatte er auch diese Aufgabe erfüllt. Die zehnte Arbeit führte den Helden fast bis ans Ende der Welt. Im fernen Westen, sagte König Eurystheus, dort, wo sich Helios abends zur Ruhe begibt, haust auf der kleinen Insel Erythea der Riese Geryon, ein Enkel der Medusa. Er besitzt riesige Herden roter Kühe von unglaublicher Schönheit. Ein Geschenk der Götter. Bring mir die ganze Herde nach Mykene. Misslingt dir das, hast du dein Leben verwirkt. Herakles fuhr auf einem Floß, das er mit eigenen Händen aus einem riesigen Baum gezimmert hatte, über das Meer nach Afrika. Von dort gelangte er zu Fuß nach einem langen, beschwerlichen Weg durch die Wüste ans Ende der Welt. Dort befindet sich eine Meerenge, wo der unendliche Ozean und die Erdteile Afrika und Europa aufeinandertreffen. Froh, dass er den mühevollen Weg zurückgelegt hatte, wollte Herakles eine ewige Erinnerung an seine Mühen schaffen. Er riss zwei große Felsen aus den Klippen der Küste heraus und setzte sie an die einander gegenüberliegenden Ufer der Meerenge, einen Felsen in Afrika und den anderen in Europa. Sie heißen seither die Säulen des Herakles. Die Insel Erytheia erhob sich inmitten des Meeres und schien unerreichbar. Am Ufer des Meeres wuchsen keine Bäume, aus denen sich der Held ein neues Floß hätte bauen können. Mittlerweile wurde es Abend und Helios fuhr in seinem Feuerwagen vom Himmelsgewölbe herab. Von den Strahlen, die sein Haupt umgaben, ging eine solche Gluthitze aus, dass Herakles sie nicht ertragen konnte und im Jähzorn seinen Bogen spannte, um einen Pfeil auf Helios abzuschießen. Der Gott bewunderte den Mut des thebanischen Helden und rief ihm zu, Genug, entspanne deinen Bogen. Ich bin es ja, Helios, der Gott, der den Menschen und der Erde Wärme bringt. Damit du aber nach Erytheia gelangst, will ich dir meine goldene Schale leihen, die mir Hephaestos aus Gold und Silber geschmiedet hat. Der Kampf mit Gerion wird schwer werden. Er hat nämlich drei Körper, die an den Hüften zusammengewachsen sind, drei Köpfe, sechs Arme und sechs Beine. Wenn du mit ihm kämpfst, so treffen dich auf einmal drei Pfeile und drei Lanzen. Überleg dir also, ob du nicht lieber umkehren willst. Herakles aber ließ sich nicht abschrecken und segelte in der goldenen Schale auf Erytheia zu. An der Küste empfing ihn der Riese Eurytheion, der Hirte, der das Vieh des Gerion hütete, mit seinem doppelköpfigen Wachhund Orthros, einem Bruder des Höllenhundes Cerberos. Nachdem Herakles den Hirten und Orthros mit seiner Keule erschlagen hatte, forderte der Riese Gerion selbst den Fremdling zum Kampfe heraus. Es erhob sich ein schreckliches Ringen. Herakles wurde im Kampfe verwundet, aber schließlich trug seine Tapferkeit doch den Sieg davon. Er trieb die Herde sogleich in die goldene Schale des Helios, die Zauberkräfte besaß und segelte heimwärts. Nach kurzer Fahrt landete Herakles in Europa und trieb die Kuhherde vor sich her über die Pyrenäen, durch Gallien und Italien, Als er schon bis nach Unteritalien gekommen war, bewirkte Hera, dass ihm eine Kuh entlief und schwimmend nach Sizilien entkam. Der Held musste sie lange suchen und sich ihretwegen sogar mit einem Sohne Poseidons schlagen, der die Kuh in seiner Herde versteckt hielt. Danach gelangte Herakles ans Ionische Meer. Da schickte Hera die Tollwut unter die Kühe, so dass sich die Herde in alle Winde zerstreute. Es dauerte lange, bis Herakles die ganze Herde wieder beisammen hatte und zu König Eures Theos treiben konnte. Der aber befahl, alle Kühe zu schlachten und sie der Hera als Opfer darzubringen. Zorn im Herzen, weil Herakles immer noch lebte, ging König Eures Theos in den Tempel der Hera und sprach, Wie, sollte es gar kein Mittel und Wege geben, Herakles zu vernichten? Gibt es denn kein einziges Ungeheuer, das imstande wäre, ihn zu zerreißen? Hera, rate mir, wohin ich ihn diesmal senden soll. Du hast es durch einen Zauber bewirkt, dass ich vor ihm geboren bin und König wurde, er aber mein Untertan. Steh mir auch weiterhin bei. Ich fürchte Herakles, denn er ist stark. Wenn er alle Arbeiten verrichtet hat, wird er gewiss den Thron besteigen wollen. Wie könnte ich mich mit ihm im Kampf bemessen? Ich möchte ihn endlich vernichtet sehen. Ich möchte endlich befreit aufatmen können und die lähmende Angst vor seiner Rache los sein. Jammere nicht, entgegnete ihm Hera. Habe ich dich darum auf Mikänes Thron gesetzt, dass du wehklagst, während er ein Ungeheuer nach dem anderen erschlägt und unverletzt bleibt? Hör auf meinen Rat, Eurystheus. Schicke ihn unverzüglich in den Tartaros, damit er dir den Hund Cerberus heraufhole. Das wird sein Ende sein. Cerberus, den Wachhund des Hades, warum ist mir dieser Gedanke nicht selber gekommen? Habt Dank, Göttin! Nun ist es um Herakles geschehen. Und unverzüglich ließ der König Herakles rufen und befahl ihm, in die Unterwelt hinabzusteigen und ihm den furchtbaren Höllenhund mit den drei Schlangen bedeckten Köpfen zu bringen. Mach dich sofort auf den Weg, ordnete Eurystheus an. Gelingt es dir nicht, bis in den Tartaros fortzudringen und Cerberus zu entführen, ist es um dein Leben geschehen. Herakles begab sich ohne Verzug auf seinen Weg, wohl wissend, dass diese Arbeit die schwerste von allen sein würde. Herakles fand nach langer Suche eine tiefe Höhle, die bis in die Unterwelt hinabführte. Er bezwang viele Geister und Ungeheuer, die ihm den Weg in das Reich der Finsternis verwehren wollten. Doch schließlich gelangte er in den Tartaros. Als die Schatten seiner ansichtig wurden, ergriffen sie die Flucht und verkrochen sich in alle möglichen Schlupfwinkel. Denn Herakles war in seinem Zorn furchtbar. Und die riesige Keule und das Löwenfell ließen ihn noch schrecklicher erscheinen. Gleich beim Eingang erblickte er seinen Freund Theseus aus Athen, der ihn auf der Fahrt zum Schwarzen Meer in das Reich der Amazonen begleitet hatte. Er war an einen Stein gefesselt, weil er versucht hatte, Persephone, die Gemahlin des Königs der Unterwelt, für seinen Freund Perithos zu rauben. Herakles befreite Theseus von seinen Fesseln und zeigte ihm den Weg zurück auf die Oberwelt. Dann trat er vor den Thron des Hades und sprach mit lauter Stimme, Hades sah ein, dass ein Kampf mit Herakles nicht leicht gewesen wäre. Der Gott wagte es nicht, ihm offen entgegenzutreten, aber er sagte voll Arglist, Er sei dein, Herakles, wenn du ihn unbewaffnet überwinden kannst. Sieh her, ich lege Keule und Bogen, Schild und Speer beiseite und bezwinge ihn mit bloßen Händen, sagte Herakles. Er stürzte sich auf Zerberos, packte ihn an der Kehle und umklammerte sie so fest, als ob seine Hände Zangen wären. Die Schlangen auf den drei Köpfen des Hundes wandten sich, sie zischten und versuchten, den Helden zu beißen, aber vergebens. Herakles, von seinem Löwenfell geschützt, lockerte seinen Griff nicht eher, bis Zerberos nah am Ersticken war. Hör auf, schrie Hades, hör auf, du hast ihn besiegt und kannst ihn mitnehmen, aber schone ihn nach Möglichkeit. Da warf sich Herakles den Höllenhund über die Schultern und machte sich auf den Rückweg. Bevor er die Unterwelt verließ, sagte er zu Hades, zirne mir nicht, Hades, dass ich den Zerberos bezwungen habe. Es gelingt uns ja zuweilen, selbst den Tod zu besiegen, wenn wir ihm mutig und unerschrocken entgegentreten. Was kann da schon ein armseliges Hündchen ausrichten? Als Zerberos ans Tageslicht kam, begann er mit seinen drei Mäulern wild zu bellen und verspritzte seinen Geifer. Von seinem Körper rann der Schweiß. Wo aber Geifer und Schweiß die Erde berührten, da sprossen Eisenhut, Schierling, Tollkirsche und andere Giftpflanzen hervor, die es zuvor nicht gegeben hatte. Bei der Kunde von der Ankunft des Herakles erschrak eures Theos zu Tode. Er verkroch sich abermals in den Krug und schrie, Bring den Zerberos wieder zurück, Herakles, es war ja nur ein Scherz. Was soll ich mit Zerberos? Habe ich nicht genug Hunde? Schaff ihn zu Hades zurück. Ich bitte dich als dein Freund, denn dein Feind will ich nicht länger sein. Da kehrte Herakles zu der tiefen Höhle zurück und schleuderte den Zerberos durch den Schlund in die Unterwelt hinab, wo er hingehörte. Als die Gefahr vorüber war, wuchs König Eurystheus wieder der Mut und er sprach grimmig, Bisher hast du alle Arbeiten, die ich dir aufgetragen habe, ausgeführt. Elf an der Zahl. Eine ist noch übrig, damit die Zahl zwölf voll werde. Wenn dir auch noch diese gelingt, bist du frei. Wenn nicht, dann bleibt dir nur der Tod. Mache dich also auf und bring mir goldene Äpfel aus dem Garten der Hesperiden. Wo dieser Garten ist, kann ich dir nicht sagen und es kümmert mich auch nicht. Drei Äpfel musst du mir bringen, so lautet mein Befehl. Und Herakles zog abermals durch die halbe Welt, wie es der von Hera beratende Eurystheus gefordert hatte. Doch da kam die Göttin Athene dem Helden zu Hilfe. Sie gab ihm den Rat, sich an den alten Meeresgott Nereus zu wenden, der als einziger den Weg zu dem Garten der Hesperiden kenne, sein Geheimnis aber nicht kampflos preisgeben werde. Herakles musste sich in Geduld üben und lange am Meeresufer warten, bis der altersgraue Gott aus den Wellen tauchte, um sich am Strand in der Sonne zu wärmen. Ohne erst viele Worte zu verlieren, fiel Herakles über ihn her und begann den Kampf. Der Alte war gewandt und hatte eherne Muskeln. Die beiden kämpften lange dort am Gestade, bald auf dem Sand, bald in den Wellen, bis es Herakles gelang, den Gott um die Mitte zu fassen und fest zusammen zu schnüren. Trotz zahlreicher Verwandlungen, einmal war er ein Stier, dann ein Pferd, dann wieder ein Schafbock oder ein Hund, gelang es Nereus nicht, sich dem eisernen Griff des Herakles zu entwinden. Auf diese Weise zwang ihn der Held, zu sagen, wo sich der Garten befand. Er liegt am Ende der Welt, wo Atlas das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern trägt, sagte Nereus. Der Garten wird von vier Jungfrauen, den Hesperiden, bewacht und außerdem von Ladon, dem hundertköpfigen Drachen, über dessen Augen noch niemals der Schlaf kam. Wenn du dort anlangst, wirst du den Drachen bezwingen, den Zauber der Hesperiden überwinden und die goldenen Äpfel pflücken. Den Weg zum Garten aber kenne auch ich nicht, obwohl ich ein Gott bin. Wer aber kennt ihn? Herakles drückte wieder fest dazu. Ein einziger kennt den Weg dorthin, aber er ist von Zeus an einem Felsen des Kaukasus geschmiedet und ein Adler hackt Tag für Tag an seiner Leber. Du sprichst von Prometheus, dem Vater der Menschen, sagte Herakles. Keinen auf der Welt verehre ich mehr als ihn, den Sohn des Titanen Japethos. Er hat sich für die Menschen geopfert. Lange schon schmachtet er unverdient in Fesseln von Zeus verurteilt. Wie lange warte ich schon auf die Ehre, ihn zu befreien. Wage es nicht, warnte Nereus. Keinen Hass Zeus mehr als diesen Titanen, der sich den Menschen zuliebe den Zorn der Götter zugezogen hat. Wie kommt man zum kaukasischen Gebirge? fragte Herakles voll Ungeduld. Diese Richtung hier schlage ein, Nereus zeigte gegen Sonnenaufgang. Aber warte noch, übereile nichts. Herakles aber hörte ihn nicht mehr. Er eilte mit großen Schritten der aufgehenden Sonne entgegen. Herakles durchstreifte viele Länder und überquerte unermessliche Meere und breite Flüsse auf seinem Weg zum Kaukasus. Unterwegs hatte er noch manchen Kampf zu bestehen. Einer der schwierigsten Kämpfe war der mit dem Riesen Antaeus, einem Sohn der Gaia. Der hatte die Gewohnheit, alle Fremdlinge zum Kampf herauszufordern und sie, wenn sie völlig erschöpft waren, zu erschlagen. Als Sohn der Gaia wuchsen ihm nämlich, so oft er die Erde, Gaia, berührte, neue Kräfte und dadurch war er unbesiegbar. Als nun Herakles auf seinem Weg durch die libysche Wüste zog, wo Antaeus hauste, rief ihn der Riese an. »He, du da, Fremder, komm her, dass wir uns im Kampf vermessen. Wer unterliegt, hat sein Leben verwirkt. Fang an!« »Warum nicht?« antwortete Herakles. Und es entbrannte ein erbitterter Kampf. Der Sohn des Zeus erkannte schnell, dass Antaeus zusehends schwächer wurde, wenn er ihn emporhob, aber an Stärke gewann, wenn er ihn zu Boden warf und er die Erde auch nur mit der Fußspitze berührte. Um dem Kampf ein Ende zu machen, hob Herakles den Riesen hoch in die Luft empor, zerbrach ihm die Rippen und hielt ihn so lange in die Höhe, bis der Herausforderer tot war. Ohne Aufenthalt zog Herakles weiter, denn sein Weg war noch weit, aber eines Tages gelangte er doch zum Kaukasus. Dort war der Sohn des Titanen Japethos, weil er den Menschen das Feuer geschenkt hatte, auf Befehl des Zeus an einen Felsen geschmiedet. Jeden Tag wurde er von einem hungrigen Adler heimgesucht, der sich ihm in den Leib krallte und an seiner Leber hackte. Doch der Titan beugte sich nicht vor Zeus und flehte nicht um Vergebung. Hier also musst du leiden, Prometheus, immer noch mit Ketten gefesselt, sagte Herakles, als er nach langem Kampf mit einem heftigen Sturme oben auf dem Gipfel angekommen war. Wer bist du, unerschrockener Held? fragte der Titan mit schwacher Stimme, als er Herakles erblickte. Mein Name ist Herakles, gab der Held zur Antwort. Ich bin der Sohn einer Sterblichen und weil du für die Menschen leidest, wird ein Mensch dich befreien. Fürchtest du denn nicht den Zorn des Zeus? Nein, ich fürchte ihn nicht. Du selbst hast uns ja ein Beispiel gegeben, den Göttern die Stirn zu bieten. Da hörte man in der Luft das laute Rauschen von Fittichen und ein grauenhafter Schrei ertönte. Vom Olymp her kam der Adler mit dem ehrenden Schnabel geflogen. Er kreiste etliche Male kreischend um den Gipfel des Berges, bereit, sich auf beide Helden zu stürzen und sie in Zeus' Namen zu bestrafen. Vorsicht, Herakles, warnte Prometheus und seine Stimme ging in dem immer lauter werdenden Tosen des Windes fast unter. Das ist der Adler, der mir jeden Tag unerbittlich mit seinem scharfen Schnabel die Leber zerfleischt. Heute soll er es zum letzten Mal versucht haben. Erwiderte Herakles, spannte seinen Bogen und entsandte einen der in das Gift der lernäischen Schlange getauchten Pfeile. Das Geschoss traf den grausamen Vogel, er überschlug sich und stürzte dann mit einem Todesschrei in die Tiefe. Im selben Augenblick tobte der Wind mit doppelter Stärke. Prometheus bäumte sich in seinen Ketten auf, aber er konnte sie nicht sprengen. So sehr hatten ihn die vielen Jahre der Qual geschwächt. Da stürmte Herakles einen Fuß gegen den Felsen, zog an der Kette und sie riss sofort. Prometheus war befreit. Der Sturm tobte immer heftiger. Wolken ballten sich zusammen und aus dem Olymp erdröhnte gewaltiger Donner. Hagelschauer trafen die Erde wie Keulenschläge, der hohe Berg wankte wie ein Floß auf den Meereswellen. Zeus bebt vor Zorn über meine Befreiung, sagte Prometheus. Sein Zorn wird ihm nichts nützen, erwiderte Herakles gleichmütig. Nun komm Prometheus, steig herab, stütze dich auf mich. Und der Sohn des Japetos stieg, vom Sturmwind umheult, langsam, aber in königlicher Haltung vom Gipfel des Berges herunter. Das Gehen fiel ihm schwer und er kam nur langsam vorwärts. Zeus war in jenen ersten Augenblicken des schrecklichen Zornes nah daran gewesen, seinen Sohn zu töten, weil er sich unterstanden hatte, seinen erzfein Prometheus loszuketten. Athene aber besänftigte ihn, indem sie ihn an eine Voraussage des Greisen Uranus erinnerte, in der es hieß, dass die Söhne der Gaia, die Giganten, sich von Neuem zum Kampf mit den Olympiern erheben könnten. Und dann würde Zeus die Herrschaft verlieren, wenn ihm Herakles nicht in diesem Ringen zur Seite stünde. Prometheus ist seinen Ketten zwar entronnen, aber er ist völlig erschöpft und taugt nicht mehr zum Kampfe. So sprach die Göttin. Und sie fuhr fort, Da er zur ewigen Strafe verdammt ist, soll Hephaestos ihm einen Ring schmieden, den ich mit einem kaukasischen Stein besetzen werde. Ich selbst werde ihm den Ring überreichen und er wird ihn tragen. So bleibt alles unverändert. Herakles wird nicht getötet und kann dir in der drohenden Gefahr beistehen und Prometheus bleibt durch den Ring gefesselt, wie du es geschworen hast. Und so verfertigte man den ersten Ring, in den ein Stein gefasst war und noch heute trägt man solche Ringe zur Erinnerung an den Titanen, der an den Felsen gefesselt war. Prometheus aber zog sich auf eine kleine Insel am Ende der Welt zurück, die der Greisegott Uranus beherrschte. Dort wollte er Genesung suchen. Einst werde ich wiederkommen, sagte er beim Abschied zu Herakles und die Menschen zu neuen Taten aufrufen. Die Menschen werden dein Bild stets rein in ihrem Herzen tragen, antwortete Herakles. Du wirst ihnen in ihren Kämpfen nahe sein. Ich aber, Prometheus, schwöre dir, dass ich deinem Vorbild folgen will. Dann trennten sich ihre Wege. Der Titan wies Herakles zuvor noch den kürzesten Weg nach Hesperiae. Herakles machte sich auf den Weg. Er ging unverdrossen, bis er in das Land Hesperiae gelangte. Dort stand der Riese Atlas und trug das Himmels Gewölbe auf seinen Schultern. Zu seinen Füßen erstreckte sich der Garten der Hesperiden. Die goldenen Blätter des Apfelbaumes glänzten weithin und die goldenen Früchte verbreiteten einen starken würzigen Duft. Herakles trat zu dem Riesen und sprach Ehrwürdiger Atlas, ich bin der Sohn des Zeus und der Alkmene. Eures Theos schickt mich, damit du mir ein paar Äpfel gibst. Ich werde dir die Äpfel pflücken, wenn du so lange für mich das Himmels Gewölbe trägst. Gut, willigte Herakles ein. Es ist aber eine ungeheure Last, warnte Atlas. Das macht mir nichts aus, sagte Herakles. Und der Riese reichte ihm das Himmels Gewölbe. Unter dem Gewicht schwollen dem Herakles die Muskeln zu einem Berg an und der Schweiß ran in Strömen an ihm herunter. Die Last drückte ihn fast zu Boden. Atlas aber ging fort und kehrte bald mit einigen Äpfeln zurück. Er warf sie dem Herakles zu Füßen und sprach, Du Du hast dich täuschen lassen. Nun kannst du auf ewige Zeiten an meiner Stelle hier stehen. Meine Schultern haben einmal empfunden, wie herrlich es ist, wenn sie den Himmel nicht tragen müssen, den ihnen Zeus aufgebürdet hat. So lebe denn wohl. Laut lachend schickte sich Atlas an, von dannen zu gehen. Herakles, der im ersten Augenblick keinen Ausweg aus seiner schwierigen Lage sah, sann jedoch auf eine List. Zum Schein stimmte er dem Atlas bei und sagte, Du hast recht, Atlas, du hast dich genug geplagt. Ich will dich gern ablösen, aber ich bin kein Titanenspross wie du und die Schulter schmerzt mir von der ungewohnten Belastung. Lass mich nur dieses Löwenfell hier auf meine Schultern legen, damit mich das Himmelsgewölbe nicht so sehr drückt. Halte mir das Gewölbe noch einmal so lange, bis ich das Fell untergelegt habe. Atlas war wohl schlau, aber nicht klug. Er kam der Bitte nach und stemmte seine Schultern wieder unter das Himmelsgewölbe. Richte dir das Fell, damit es nicht heißt, ich wäre hartherzig, Herakles aber lachte. Du hast gemeint, du könntest mich betrügen, aber nun bist du selber der Gnarrte. Leb wohl. Du tust mir leid, doch es steht nicht in meiner Macht, dir zu helfen. Er hob die goldenen Äpfel vom Boden auf und brachte sie dem Eurystheus. Dem wurde es beim Anblick des Helden schwarz vor den Augen. Also war es Herakles gelungen, auch diese letzte Arbeit zu verrichten. Es blieb eures Theos nichts weiter übrig, als zuzugeben, dass Herakles alle zwölf Aufträge ausgeführt habe und Mykene als freier Mann verlassen können. Doch im Olymp ließ ihn die unerbittliche Hera nicht aus den Augen, denn sie brachte es nicht über sich, dem Sohn einer Geliebten des Zeus zu verzeihen, dass er überhaupt lebte. So war es Herakles auch in Zukunft nicht vergönnt, frei von Sorgen zu leben. Er musste noch viele andere Kämpfe bestehen und viele ungeheuer, feindlich gesinnte Könige und wilde Bestien bezwingen. Er vollbrachte so viele heldenhafte taten, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Er half Zeus, die Giganten zu besiegen. Er bestrafte König Laomedon von Troja, der ihn betrügen wollte. Er kämpfte gegen den Kriegsgott Ares und seine Söhne und ging als Sieger aus diesem Kampfe hervor. Er schlug sich sogar mit Apollon und mit dem mächtigen Flussgott Acheloos, einem Sohn des Okeanos, und beide Götter unterlagen ihm. Acheloos hatte ein Auge auf die schöne Dejanera geworfen, die sich Herakles zum Weib erkoren hatte. Es kam zu einem erbitterten Ringen zwischen den beiden Rivalen, Acheloos unterlag und Herakles nahm Dejanera zur Frau. Auf der Reise ins heimatliche Tierens kam der Held mit seiner jungen Gemahlin an einen Fluss, der in voller Flut stand. Dort erbot sich der Kentauer Nessos, die Reisenden gegen eine Bezahlung über den Fluss zu tragen. Herakles bezahlte ihm die Überfahrt. Zuerst sollte er Dejanera hinübertragen und dann Herakles selbst holen. Nessos aber entbrannte in Liebe zu der schönen Dejanera. Kaum hatte er den Fluss überschritten, wollte er sie entführen. Dejanera aber rief laut um Hilfe. Als Herakles die Schreie seiner Gemahlin hörte, warf er sich in das schäumende Wasser des Flusses und schwamm den beiden nach. Rasch erreichte er das gegenüberliegende Ufer, spannte seinen Bogen und durchbohrte die Brust des Kentauren mit einem der Pfeile, die er in das Blut der lernäischen Schlange getaucht hatte. Nessos sah noch im Angesicht des Todes auf Rache. Er fing das Blut, das ihm aus der Wunde quoll in einem Gefäß auf, gab es Dejanera und sagte, du bist der letzte Mensch, den ich über den Fluss getragen habe und weil du mir außerdem gefällst, sollst du ein Geschenk von mir haben. Ich will meinen Hass auf Herakles vergessen und wünsche dir Glück an seiner Seite. Nimm hier das Blut, das aus meiner Todeswunde geflossen ist und hebe es gut auf. Es besitzt Zauberkraft. Ware aber das Geheimnis, das ich dir jetzt verrate, sonst verliert das Blut seine Wirkung. Wenn Herakles Liebe zu dir je erkalten sollte, so bestreiche ihm sein Gewand mit diesem Blute und er wird kein anderes Weib mehr lieben als dich. Nessos starb. Dejanera aber ließ sich von seinen trügerischen Worten täuschen. Sie nahm das Gefäß mit dem Blut und bewahrte es ohne Wissen des Herakles auf. Da kam Herakles herbei und stieß Nessos mit dem Fuß ins Wasser. Er fasste sein Weib an der Hand und zog mit ihr heimwärts. Es schien, als ob Herakles doch noch glücklich werden sollte. Seine Frau gebar ihm einen Sohn Hillos mit Namen und Herakles war seinem Weibe treu und liebte seinen Sohn über alles. Hera aber sann in ihrem unstillbaren Hass auf neue Mittel und Wege Herakles zu vernichten. Eines Tages stand der Held mit Iphitos einem Freund auf der Stadtmauer von Thirins und die beiden tauschten Erinnerungen aus an die Kämpfe, in denen sie sich Seite an Seite geschlagen hatten. Da fiel Heras Blick auf den Helden, den sie tödlich hasste und sie musste daran denken, dass Herakles dem König von Mykene entkommen war. Wenn er doch nur wieder in Knechtschaft geriete, dann müsste er neue Gefahren bestehen und sie sandte eine Furie aus dem Reich des Hades aus, damit sie ihm die Sinne verwirre. Herakles wurde es rot vor den Augen und Raserei ergriff ihn. Er packte Iphitos und stieß ihn von der Mauer hinunter in die Tiefe. Um seine Unschuld zu büßen, musste Herakles erneut Sklavendienste tun, Er ließ sich an Omphale verkaufen, die hochmütige und launenhafte Königin von Lydien. Ihr diente er drei Jahre lang und ertrug alle nur denkbare Schmach. Die Königin zwang ihn Frauengewände anzulegen, er musste spinnen und aus Garn Tuch für sie weben, Frauen arbeiten, die sich am wenigsten für einen Helden schickten, sie aber kleidete sich in sein Löwenfell und trug seinen Bogen und die furchtbare Keule, die unzählige Feinde im Kampfe getötet hatte. Das tat sie alles, um Herakles zu beschämen und zu erniedrigen. Der Held verweichlichte bald, er verlor seine Kraft und seine Tapferkeit, ja, noch schlimmer. Hera waren all diese Erniedrigungen noch immer nicht genug. Sie schickte Eros aus, dass er Herakles eine unwürdige, erniedrigende Liebe zu der Königin Lidiens eingebe. Aber auch diese Jahre der Knechtschaft gingen vorbei. Dejanera wartete bereits voller Ungeduld auf Herakles, sie wusste, dass er zu ihr zurückkehren würde. Immer wieder stieg sie auf die Stadtmauer und spähte in die Ferne. Da erreichte sie eines Tages die Kunde, dass Herakles unterwegs mit seinen treuen Begleitern gegen einen König gekämpft habe, der ihn beleidigt hatte. Dieser König sei im Kampfe gefallen, doch seine Tochter Iole, ein zartes Mädchen, befinde sich unter den Gefangenen. Es hieß, Herakles habe sich heftig in das Mädchen verliebt und wolle sie zur Gemahle nehmen. Wie habe ich all die Jahre in Treue auf ihn gewartet, dass er mich jetzt vergisst und eine andere zur Frau nimmt? Das waren Deaneras Gedanken. Sie konnte nicht wissen, dass Herakles beabsichtigte, seinen Sohn Hillos mit der sanften Jole zu vermählen. Da erinnerte sich Deanera in ihrer Verzweiflung an den angeblichen Liebeszauber des Nessos. Sie tränkte ein Hemd in dem vergifteten Blut und sandte es ihrem Gemahl, um sich seine Liebe zu erhalten. Der Bote Deaneras erreichte Herakles gerade, als er mit seinen Gefährten den errungenen Sieg feierte. Danach wollte man zur Heimreise aufbrechen. Um seine Gattin zu ehren, legte Herakles das neue Hemd an. Kaum aber hatte es seinen Leib berührt, durchfuhr es ihn wie brennendes Feuer. Er wollte sich das Hemd vom Leibe reißen, aber es saß so fest, als ob es angegossen wäre, und er riss mit dem Stoff das Fleisch los, so dass bald alle Knochen freilagen. Vater Zeus, stöhnte Herakles, so ist es Hera also doch noch gelungen, mich zu vernichten. Unschuldig habe ich mein ganzes Leben unter ihrer Rache gelitten. Nun werde ich dir ein Opfer bringen, und das Opfer Tier bin ich selber. Und er gab den Befehl, ihn auf den Gipfel des Berges Eute in Traches zu tragen und dort einen Scheiterhaufen aus Stämmen der wilden Olive und aus Eichen Zweigen zu errichten, ganz so, wie sie für Tote aufgeschichtet werden. Als der Scheiterhaufen fertig war, bestieg ihn Herakles mit letzter Kraft. Wo ist der Nera? fragte der Held. Wo ist mein Weib? Dein Weib hat sich selbst den Tod gegeben, als sie erfuhr, dass du sterben musst, sagten die Umstehenden. Und wo ist mein Sohn Hillos? Er ist hier bei dir und wird Iole heiraten, wie du es beschlossen hast. So zündet nun den Scheiterhaufen an, ich befehle es. Wie? Wagt es keiner? Hat keiner den Mut? Nein, das können wir nicht, Herakles, sagten seine Gefährten. Wer möchte es auf sich nehmen, den Scheiterhaufen in Brand zu stecken, auf dem der tapferste Held, der je gelebt hat, verbrennen würde? Du hast unzählige Ungeheuer bezwungen und dich alle Zeit für die Menschen geschlagen und nun sollst du durch unsere Hand umkommen? Das übersteigt unsere Kraft. Schnell, zündet den Scheiterhaufen an, meine Qualen sind zu groß, flüsterte Herakles mit versagender Stimme. Da erfüllte Philoktetes ein guter Freund des Helden die flehende Bitte und setzte den hohen Scheiterhaufen in Brand. Die Flammen züngelten empor, griffen um sich und umloten den Körper des Herakles. Alle weinten laut, nur Herakles stand aufrecht und schweigend inmitten der Feuerglut. Da zuckten Blitze vom Himmel herab und die Erde erdröhnte unter gewaltigem Donner. Ein goldener Wagen kam vom Himmel herab gefahren, Nike die Göttin des Sieges lenkte die Pferde und Hermes und Athene hoben den Helden in den Wagen und führten ihn in den Olymp. Und es heißt, Zeus selbst sei dem Helden entgegen gegangen und auch Hera habe sich endlich seiner erbarmt. Zeus nahm seinen Sohn Herakles unter die Götter auf und zum Zeichen der Versöhnung gab ihm Hera ihre anmutige Tochter Hebe die Göttin der Jugend zur Gemahlin.